Ich weiß, ich habe schon öfter Stardewerde gespielt, ich lieb dieses Spiel auch sehr. Also wir hatten das damals in der Beta schon gezockt, ja, als das noch in der Beta war. Kein Plan, glaub nicht, was ist denn los, Gemma? Alles gut, Gemma. Jemand, jemand Neues gefunden oder einfach kein Interesse mehr oder was ist da los, Gemma? Ich habe jetzt ein Eis mit. Virgil, was zockst du gerade? Lul, es klingt wie Monster, äh, es klingt wie, wie... Fairytale, ja, es ist Fairytale. Das hat der Dillero aus sich gewünscht. GTA, RP, ah, krass. Ach, dammit. Hat er schon geantwortet, als ich ihn gefragt habe, wie es ihm geht? Dillero, wie geht's dir? Hat er noch nicht gesehen? Ach, W.O.W. zocken, ich hätte jetzt, habe ich's, Entschuldigung, sorry. Mal wieder W.O.W. zocken, ja, let's go. Würdest du mir die viel Spaß verspitzen für eine Klasse? Ich hatte gerade eben so einen geilen Plan, Evoker, das ist die neueste, ne? Ich hatte so einen geilen Plan. Ich glaube, dir kann, man kann von zu viel Zucker Kopfschmerzen bekommen. Natürlich. Oh. Wasser nachkippen. Ja, ich habe aber heute gar nicht schlecht getrunken. Aber das mache ich mal. Oh, er spielt schon dann kein Vigoro hier mehr. Ja, er spielt schon ewig kein Vigoro hier mehr. Hier, ich gehe jetzt noch ein bisschen, bin ein W.O.W. on and off Mitspieler, Mitläufer. Bei mir ist es auch so, ich habe, ich habe eine Zeit lang, ähm, also ich habe früher halt ganz normal gespielt, dann war ich eine Zeit lang auf Rising Gods, weil ich so ein W.O.T.K. Fan bin. Und dann halt jetzt, aber ich spiele jetzt auch schon ewig nicht mehr. Ich brauche, genau das war's. Ich brauche Ding. Ich brauche Lame. Und sonst hast du niemanden Neues kennengelernt, Gemma? Just mit Leder. Ah, Leder. Genau. Die Kühe hatte ich, schau, ich habe das auch mit den Kühen schon wieder vergessen. Maxi, du musst dir das merken. Kühe. Kühe, ich brauche Leder für den Rucksack. Kühe, Leder für Rucksack. Und jetzt brauche ich... Leder und Lehm. Genau, Leder und Lehm. L&L. Leder und Lehm brauche ich, Lehm brauche ich einen Arsch voll. Und Leder brauche ich eigentlich nur vier. Das kann ja nicht sein, dass keine Mukus spawnen, oder? Was ist das? Jungle Creeper. Mushroom, Fields, Enderman, Alter. Leder und Lehm, dafür werden wir auf Reise gehen. Ne, Sorgen machen. Mal Gartenpause für eine halbe Stunde. Boah, Gießen und Fett. Cool. Viel Spaß, mein Bird. Kannst du das? Kann man aus Zombiefleisch Leder machen? Viel Spaß, meine Bird. Danke für das Gespräch, hat Spaß gemacht. Kann man aus Zombiefleisch Leder machen? Da kann man die Sorgen Leder draus machen. Ofen. Ich kann auch das Rotten Leder verwenden. Insane, Gamma. Dankeschön, Gamma. Du geile Boy! Bitte lasst mich rein, ich wohne da. Wie viel Rotten Flasch habe ich? Fünf. Das ist einer. Da ist noch ein bisschen Rotten Flasch. Gott, ein Retter erzählen, Alter, der soll sich an seinen Knie ficken. Ich habe Angst vor dem. Weil der sieht auch wirklich gruselig aus, finde ich. So, jetzt haben wir zwei Leder. Ah, jetzt kann man am Grund des Meeresfeld da bald aufnehmen. Ja. Ist jetzt right. Kann ich noch aus irgendwas anderem Rotten Leather machen? Nee. König der Lübenkauer, ja, ich dachte, das ist auch geil. So geil. Warte mal, was gibt es alles noch? Das ist einfach Ersatzleather. Da steht einfach ein deutsches Wort. Du gar nicht vielleicht so Leder braten kannst. Warte. Ah, jetzt kriegst du Dino-Kostüme durch so ein Gacha-System. Ja, aber das ist ohne Geld. Ja, ja. Das ist voll geil. Das voll, dass du dich jetzt komplett, oder? Ich lese die Updates. Warte mal, ich gehe mal kurz aufs Leather an sich. Der Ofen wird dann zu normalem. Ja, das ist nur dieses Rotten Leather, ja. Aber das ist egal. Ich kann das Rotten Leather und das normale Leather nehmen. Das ist also wurscht. Ich soll ein Multiplayer geben im nächsten Update. In meiner Pool habe ich halt keinen. Hawkskin. Dieses Rabbid halt auch. Da wird auch, glaube ich, gar nichts davon. Bad Wing. Ich brauche doch nur eine Moku. Fuck, was ist das? Frösche. Fuck. Ist so. Dann Lehm. Wie komme ich an Lehm? Ich glaube, ich bin da schon ewig rumgeschüppert. Hier gibt es, glaube ich, Lehm, oder? Ist das Lehm? Bist du Lehm? Salt. Salpeter. Salpeter. Gravel. War in dem kleinen Flussarm. Genau, das war der hier. Das ist Salpeter. Ich glaube, das war hier irgendwo, ja. So, ob man das auf der Web sieht. Ja, es steht unten dran. River. Sand. Weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Aber da, unten in der Mitte steht's. Deine Mutter ist geflohen. Was gab's denn schön? Das ist ein Mesh-Shock. Ich hab vorhin irgendwo, äh, Lehm gesehen, einfach. Ohne Wall. Ohne Wall. Sand, Dirt. Wäre halt gut, auch mal zu sehen, wie eigentlich Lehm aussieht. Ist alles Sand. Salt. Salt, Peter. Salpeter. Verkaufe, Peter. Hey, normalerweise ist halt, Lehm gar kein Problem. Lehm. Problem. Kein Problem. Aber hier alles Salz und Salpeter, ja. Aber wo hatten wir denn das Feuer gefunden? Das war doch hier. War das hier oben? Salpeter. Dirt, Salpeter, Gravel, Dirt, Salpeter. Dirt. Haben bestimmt 70, 80% Spawn Points, damit ersetzt. Also das ist halt wirklich nur die Gegend hier. Ich war ja schon in anderen Gebieten, auch schon. Und da war's halt gar kein... Da. Clay. Ich hab's gedeckt. So sieht's aus. Oh nein, hier sieht man's nicht, oder? Das hat ich schon mal. Ding, ding, ding. Das ist ATM9. Ich will die Layer aushaben. Typografie. Biome. Day. Ich glaube, es wird Zeit und ich steig da wieder ein. Es ist so interessant, oder? Okay. Ich glaube, es wird Zeit und ich steig da wieder ein. Ja, es ist so legendär, legendär. So, aber ich brauche jetzt ein bisschen Clay. Okay. Sonst muss ich echt hier runterschippern. Das ist halt nicht so viel, ne? Jungle, wo warst du denn jetzt hier? Ich kann den halt nicht hier setzen. Das ist auch ein bisschen arg. Fuck, scheiße. Obwohl, ne? Verdi an not DLC ist raus für 10 Euro. So, create waypoint. Lay. In grey. So, das heißt, ich fahre jetzt gleich hin. Vielleicht muss ich da rein zahlen. Dann kann ich die 100% tiefen wieder rausholen. Fuck, devs. Das wäre ja auch ein 10 gewesen. Neuen Schild machen, stimmt. Bryce hat vorhin auch schon gesagt, es soll ein neun Schild machen. Ich mache mir ein Ausbildungsschild. Weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, wie ein Schild aussieht. Ausbildungsschild. Wir machen Ausbildungsschild. Bei mir ist es nicht aufgefallen, Osmium ist insane. Aber es gibt so viel. Es ist halt überhaupt nicht selten. Ist halt überhaupt nicht selten. Wir könnten noch gucken, ob wir noch irgendwas Rüstungstechnisches da draus machen könnten. Was ist mit den... Wie viel haben die? Drei Armor, drei Toughness und drei Knockback Resistance. Die Durability liegt bei 390. Ich habe noch nicht die Schuhe hier. Ja. Die haben halt doch cooles Zeug. Gegen die Lederhose auf jeden Fall. Lederhose und... Brust auf jeden Fall austauschen. Ich weiß, wir müssen so hart auf Sicherheit spielen, sonst sind wir so gefickt, ne? Da, die hat doch schon ein bisschen mehr. Acht Armor. Kann ich die... Ne. Der 2 Armor, die hat 6. Ja. Bisschen besser. Was geht ab, Maxi? Fragt mal meine Mama, ob ich sie bei den Schnitzeln mitessen will oder ob ich das alleine essen kann. Nehmen wir euch mit dem iPad mit. Let's go. Jetzt iPod Stream. Äh, iPad Stream. Und ich gehe jetzt... Das Clay holen. Ohne Holz natürlich. Wir werden natürlich mitdenken. Maxi, was geht auch? Ja, iPad, where is? Ja, man. Das, was ich mir meine bei Minecraft. Ich habe dann aber Angst, dass du wegschimmelst. Ne, ich habe das Mikro nicht an. Das ist Mikro gar nicht an. Ne. Warum nicht? Was machst du? Kopfschmerzen. Du hast Kopfschmerzen. Arg. Warte. Die Audio ist noch ran. Ne, meine. Ich habe hierher. fishermen. Wie geht es? Und da, ich habe die neue Manöle. Wie sieht's bei dir mit Hungi aus mein Schatz? So ich muss mal gucken wie die Lurks noch Süßigkeiten im Bauch Ich hab keine Hunger ne Muss noch Lurks verteilen schnell Der ist so krass dann Wieso? Normal Irgendein Typ Was wollte ich jetzt noch? So Was ist das? Through fire flames Ach Res Ist das aber lieber ob du fragst ob ich auch einen Schnitzel will? Natürlich will ich einen Schnitzel Das könnte Leben sein Gibt's noch was dazu? Keine Ahnung sowas wie Pommes Ich glaub das reicht nicht Verdammt Gut das ich wenigstens ne Schaufel mitgenommen hab ich vollidiot Süß Kartoffelpommes Hm Ah nehm ich auch Man braucht nur Schnitzel zum Schnitzel Das seh ich ganz ähnlich aber ich steh trotzdem auf äh Das ist das